Ok, hier sind die Gebäude verschwunden, verbrannt oder so. Jetzt möchte ich da so einen Kreisverkehr hinklatschen. Wo ist denn der Kreisverkehr? Ah, wo ist der Kreisverkehr? So, wenn ich da so einen Kreisverkehr hinklatsche. So, ich mach mal kurz Pause. Flop, äh, flop, flop, flop. Kreisverkehr. So, er kommt zwar nicht ganz genau hin, wegen der Autobahn. Äh, weil da dieser Eingang da ein bisschen groß ist. Also, der linke da. Ja, deswegen muss hier ein bisschen die Straße nicht so ganz gerade sein, aber, ich mach mal das so. Also, ich finde den Kreisverkehr, also, ja, nicht den, ich finde, sondern den Kreisverkehr, der löst hier ein paar Staubprobleme. Auf jeden Fall. So, mach ich das mal? Also, das sieht dann blöd aus. Ich reiß das hier mal ab. Boah, bitte, das sieht nicht scherzlich aus. Bitte, ich mach jetzt nicht unten Bullshit. Nein, das ist jetzt Bullshit. Boah, hier sind auch so viele Bäume. Ei, ei, ei. Alles voller Bäume. Oh, oh, scheiße. Ich denke, ich hab was kaputt gemacht. So, dann noch da. Nein, das geht nicht. Nein, also, der Kreisverkehr, der ist ein bisschen hier dreckig gebaut. Also, der ist auch mega klein. Der Kreisverkehr, der kleinste Kreisverkehr, den man je bauen könnte. Und so, ihr wisst ja schon Bescheid. Deswegen hat er hier ein paar Problemchen. So, ich verbinde mal die untere Straße hier. Äh, yep. Nein. So, okay, super. Oh, oder? Nee, ist alles okay. Nee, nee, ist alles okay. Ich hab schon gedacht, die Straße ist hier irgendwie schmaler. Nein, ist alles okay. So, ah, okay. Die Straße sieht gut aus. Die sieht gut aus. Die hat da schon eine Runde unten drin. Okay, dann muss ich hier noch ein paar hier Wohngebiete ausweisen. Die kleinen Wohngebiete, nicht die dicken, weil ich hab ja letztens, ja, nicht letztens, sondern die ganze Zeit nur dicke ausgewiesen. Dicke Wohngebiete. Jetzt können aber auch noch ein paar kleine. Ich hab mir keine neuen Parks geholt, sag ich euch schon mal jetzt. Keine Ahnung, wieso. Sollte ich aber auch mal, ich hab's, denke ich, einfach noch vergessen. So und so. Äh, sowas auch noch hin. Okay. Da sieht doch super aus und dann macht man auch auf Play. Und das ist auch noch so ein Kreisverkehr. Kreisverkehr, Kreisverkehr. Ich hoffe, jetzt staunen sich der Autos dann nicht. Also, das ist nicht das Gegenteil vom Guten ist. Äh, 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 oah. Ich weiß nicht so genau, ob es wirklich so gut ist. Das ist der Kreisverkehr hier. Muss man auf jeden Fall schauen, wie es sich entwickelt. Gerade sieht's nicht so toll aus, aber das ist immer so. So, auf jeden Fall. Ich hab mir einen neuen Kreisverkehr geholt. Und zwar diesen, äh, boah, scheiße. Diesen hier. Klein und schnell oder so heißt der. Kreisverkehr klein und schnell. Vielleicht baue ich ihn mal hier hin. Ich denke, das wäre auch ganz, ganz gut. Also, dann muss ich, äh, diese Ausfahrten und, ja, Hochfahrten auf die Autobahn ein bisschen umbauen. Ich teste diesen Kreisverkehr mal hier aus. Ob er auch wirklich besser ist hier. Weil das sollte besser sein. Als die Kreisverkehr, die ich bis jetzt habe. So, 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 so. Also, auf jeden Fall nimmt er weniger Platz ein. Das ist ganz wichtig. Platz ist ein großer, wichtiger Faktor hier in diesem Spiel. Ah, ne, das ist der kleinste, ups, das ist der kleinste, äh, Kreisverkehr. Der hier. Den wollte ich bauen. Richtig. Ah, kacke, das funktioniert jetzt wieder nicht. Wie in diesen ploppigen Straßen. Ihr wisst, was ich meine. Dass sie so herumspringen. Zack. So, sag jetzt, du funktionierst. Ja, es sollte funktionieren. Nur weniger. Mehr oder weniger. Wie schon gesagt, mehr oder weniger nur. Ja, ist jetzt nicht ganz gerade, aber, äh, was soll's. So. Äh, bw. Ne, es ist wirklich voll ungerade. Komm, ich reiche das mal kurz ab. Das da auch. Und, äh, versuche ich ihn nochmal hinzuklatschen. Und zwar gerade jetzt. Nein, hör, dreh dich mal. Ja, nein. So. So, wenn ich ihn jetzt nach da hin klatsche. Nein, 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 nein. So, okay. So sieht es doch gut aus. Okay. Äh, bw, bw. Ich denke, hier ist alles voll ungerade. Nee, diese zwei Straßen sind gerade. Und die, die, die obere Straße ist hier einfach voll ungerade. Ich reiß mal das hier ab. So. Okay, dann muss ich die linke Straße ein bisschen verlängern. Zack. Oh, nee, keine Ahnung. Huh, dann klappt es mit der Autobahn nicht ganz. Ja, dann baue ich die Autobahn halt ein bisschen gleich um. So, ist es denn rechts dort verbunden? Nein, ist es nicht. Das heißt, ich muss das hier abreißen. Weg damit. Und klatsche mal da sowas hin. So. Okay. Sieht doch super aus. Äh, bw, bw. Ach, nee, das sind, das sind vier, nee, das ist, die ist genauso groß wie die Straße, die ich gerade hingebaut habe. Ach, die Straßen hier in der Stadt, die sind ja ohne Dingens. Ohne Bäumchen, diese Straße zumindest. Ja, ja, die ist ohne Bäumchen. Keine Ahnung wieso. So, diese Autobahn muss weg. Zack, 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 zack. Dann muss ich sie neu verbinden. Äh, lalala, lalala, lalala. So, und so. Nein. Nein. Mach, mach da was, ne Runde. Ne Runde. Nein. So. Oh, oh, oh. Äh, das kommt nicht ganz hin. Das kommt nicht ganz hin, muss ich euch sagen. Vielleicht, vielleicht. Ne, ne, gar kein vielleicht. Ich baue die Autobahn einfach mal ein bisschen weiter nach vorne. Ja, so. So was hier hin. Und dann baue ich von hier so eine Connection. Ja, so wird es doch klappen. So. So klappt es doch, so klappt es doch. Naja, es sieht nicht so mega toll aus, aber es ist ja seine Funktion. Also, nicht alles klappt halt, wie, damit es so gut aussieht. Obwohl es eigentlich gar nicht mal so schlecht aussieht hier. Ja, ja. So, da kann ich auch neue Gebiete ausweisen. Neue Gebiete, kommen sofort. Zack, 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 zack. Also, es muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen umgebaut werden, seit ich neue Mods besorgt habe. Die ganz cool sind. So, super. Bam, play. Dann kann ich auch die Straßen hier so rüber verbinden. Das ist, oh, was kannst du alles. So, jetzt mal schauen, wie es mit dem Kreisverkehr funktioniert. Ob er vielleicht ein paar Stauprobleme löst. Also, hier fahren sie auf jeden Fall gut. Dann kann ich auch ein paar Bäumchen sparen, weil ich habe ja Baumprobleme, weil man kann einfach nicht so viele Bäume hier im Spiel bauen. Sonst wird das Spiel einfach lenken. Also, der Kreisverkehr, der bringt es wirklich. Der ist wirklich richtig gut. Oh, 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 oh. Pause. Äh, ich habe ein bisschen verkackt. Ich habe ein bisschen verkackt. Äh, verbessern. Zack, 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 zack. So. Okay. Play. Ich habe ein bisschen verkackt. Ja, mit der Ausfahrt. Zur Autobahn. Na, jetzt staut es sich wieder. Oder? Ja, weil es sich dort staut. Das heißt, ich muss auch den rechten Kreisverkehr umbauen. Also, den hier. Aber erstmal baue ich mal die Straßen nach dort rüber, damit sie nicht immer über den Kreisverkehr fahren müssen, die Autos. Äh, wupp. Das nehme ich. Das geht weg. Dann baue ich mal eine neue Straße. Äh, bis hier so. Und dann baue ich mal ein Bild nach oben. Ne, ne, mit Stelzen. Mit Stelzen bauen wir Stelzen. So, mit Plus. Oder wie die Dinger heißen auf Englisch. Ich bin nicht so der Englisch-Profi. Geh, geh zu eher. So, obwohl ich ein Englisch-SG mache. Tralala. Äh, ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Das sieht hässlich aus. Nein. Komm mal, Gefälle ist zu steil. Was für Gefälle ist zu steil? Mach Sorge, Leute. Das, da musst du leiden. So. Und dann nach da verbinden. So. Sieht doch ganz okay aus. Okay, dann muss ich das hier so zack, zack, zack machen. Okay, dann ist er auch noch verbunden. Joa, so der Kreisverkehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, ob der es wirklich so bringt. Egal. Ich muss auf jeden Fall noch die Straßen da verbinden. Und diese eine Straße hier. Die eine kleine Straße, die kann man damit gar nicht verbinden. Ich muss aber hier diese Straßen hier, zack, so verbinden. So, und dann so. Okay. Da habe ich das noch so verbunden. Da können dann noch ein paar Gebiete hin. So. Äh, da oben können keine Gebiete hin, weil da, äh, ja, Parks sind halt. Und dann kann man hier noch so eine Straße rüberbauen, oder? Soll ich hier noch eine Straße rüber? Ich denke, eine zweite Straße hier rüber, die wird es machen. Die wird es bringen, auf jeden Fall. Hallo? Straße? Nein, Gefälle ist zu steil. Weißt du? Ich mache es mal so. Äh, nee. Floating. So. Ha! Was sagst du jetzt? Was für Gefälle ist zu steil? Nix, dein Gefälle ist zu steil, habe ich gesagt. Wenn ich es sage, dann ist es auch so. Ich versuche es mal wieder. Ah, nee, das geht auch ohne. Okay. Ohne den Mod. Weil mit diesen Stelzen, das sieht wirklich besser aus. Also ich würde es versuchen, immer mit Stelzen zu bauen, wo es geht. Aber manchmal geht es halt nicht. Manchmal muss man halt ohne Stelzen bauen. Wow, 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 wow. Es kommen Staus auf. Weil die, denke ich, sich hier alle stauen. Und hier auch. Okay, 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 das sind ein paar, okay, über die Autobahn fahren irgendwie keine Leute drüber, ich weiß nicht wieso, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, fahr doch in die andere Richtung, äh, Richtung, wir fahren da runter und dann sind die weg, und wenn man hier so runterfährt, dann fährt man da runter und dann kommt man nach oben. Aha, wartet, 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 wenn man hier so fährt, zack, dann kann man nach da unten fahren, okay, keine Ahnung, wie ich die Autobahn genau gebaut habe, ob sie überhaupt funktioniert, so, auf jeden Fall, ich muss wieder so einen Kreisverkehr hier hinklatschen, ich denke, dieser kleine hier bringt es mehr als der große hier, um ehrlich zu sein, kann man auch die Autobahn auswarten, so neu verbinden, da bist du, da bist du, mein süßer, So, jetzt muss ich das irgendwie noch hier, äh, connected bekommen, so, so, okay, come on, so, du funktionierst, nein, funktioniert er nicht, ach, 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 vitali, was sagst du dazu, hm, ja, du kannst doch hm sagen, hm, wie so eine Kuh, so, nein, weg, Jetzt habe ich zwei Stück abgerissen, toll, äh, so, vielleicht so, vielleicht so, vielleicht so, nein, 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 das muss noch, ich denke, zwei Kästchen nach weiter zu rechts, nach weiter zu rechts, nach weiter rechts, äh, nach rechts, äh, nach rechts, so, zwei Kästchen, mal austesten, Die müssen sich langsam, langsam, mal rantasten, Ah, Mann, Straße, hau ab, So, Ja, es kommt hin, es kommt so hin, zwei Kästchen waren genau passend, Ich wollte schon nur ein Kästchen machen, aber zwei Kästchen sind passend, okay, So, okay, jetzt ist alles geconnected, jetzt fehlt noch, Jetzt fehlt noch diese Autobahn, ausfahrten, Ausfahrt, äh, wub, wub, das muss weg, Das muss dann connected werden, Zack, da unten, Äh, ja, Pillars, also, Stolzen, Zack, Dann geht das hier auch weg, Zack, Äh, das muss eigentlich auch weg, Weil sonst kommt das nicht ganz hin, ja, das muss dann auch weg, Nein, 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 das muss von der anderen Seite, Wo, wo geht's denn eigentlich hier hin, Hier geht's runter und hier geht's hoch, Aha, also, du musst doch so hin, okay, da kommt's doch so hin, Dann muss ich das hier so langsam runter bauen, So, Das muss dann noch, Ah, ja, es funktioniert, es funktioniert, okay, es ist super, jetzt muss ich das noch umdrehen, Okay, dann mach ich mal Play, Play, es funktioniert, Tralalala, jetzt mal schauen, wie es mit der Autobahn, Naja, nicht auch mit der Autobahn, Mit dem Kreiswerk funktioniert, Ich denke mal, das sollte besser funktionieren, So, mal schauen, mal schauen, mal schauen, Also, flüssiger sollte es funktionieren, Ich sollte jetzt hier wieder Shops hinbauen, Zack, 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 Da auch noch, Bäm, bäm, okay, Baffermannter Gebäude, die können wir jetzt noch schnell abreißen, Flop, weg ist es, Puh, ist es auch wirklich so gut mit diesem Neuen Kreisverkehr, Ich weiß es nicht, Ich denke, es ist doch ein bisschen besser, Aber es wird schon mit der Zeit zeigen, Ob es auch wirklich besser ist, Also, es fahren immer mehr und mehr Autos hier über die Autobahn, Oh, boah, ist das Auto langsam, Wer ist denn, Wer sitzt denn da im Auto? So, ich mach mal kurz Pause, Da sitzt, Haus, äh, Lieferwagen, Oh, ist ein Lieferwagen, Besitzer, Haushalts, Waren, Zack, Und er steht im Stau, Ehe, Ehe, Jaja, Okay, äh, Niemand will irgendwie auf die Autobahn, Niemand will auf die Autobahn, Ihr Verräter, Ihr Verräter, Ihr Verräter, Wieso fährt niemand auf die Autobahn? Oder, Oh, Ne, Au, Doch, Da fahren ein paar Leute, Ja, Auch die Müllwegen, Ah, Ja, Die fahren über die Autobahn, Ihr seid einfach nur die Besten, Wenn es um Müll geht, Dann seid ihr immer da, Immer da, Immer da, Die Provinzial, Ja, 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 Nein, Der Müllwagen, Ich will jetzt hier keinen Schleichwerbung machen, So, Wo fährst du hin? Mal checken, Wo fährt der Müllwagen hin? Mehr, Oh, Er fährt runter, Wo fährt, Oh, Er fährt mal da, Ach, Er kommt, Denke ich, Von dem Bürogebiet aus, Von dem Bürogebiet, Mülldistrict, Oder, Mülldingens, Wo ist es da? Er wisst schon, Was ich meine, Und er fährt, Er fährt, Er fährt, Der Müllwagen, Er fährt, Jetzt fährt er hier, Unter, Ich weiß es, Oh mein Gott, Ist das, Ist das überhaupt, Eine Straße hier? Oh mein Gott, Nein, Das geht nicht, Nein, 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 Spiel, Nein, Einfach nur nein, Nein, Das geht nicht, Das geht nicht, Eh, Komm, So, Okay, Dann sieht es so, Ganz okay aus, Okay, Dann play, Oh mein Gott, So ist hässlich aus, Aber ich habe es zum Glück noch verbessert. Also der Kreisverkehr dreht sich. Das ist gut. Okay, die Staus sind weg. Ja, diese kleinen Kreisverkehre, die bringt es wirklich klein und schnell. In der Tat. Hier soll ich auch noch vielleicht so einen kleinen Kreisverkehr hin klatschen. Der wird auch ganz gut hier hinpassen. Weil hier sind auch die riesigen Staus. Ich mache mir hier auch so einen kleinen Kreisverkehr hin. Kreisverkehr, wo bist du? Komm her, mein Süßer. Mein Süßer, mein Süßer. Okay, das kommt da nicht ganz hin. Ich muss dann noch mehr abbeißen. Leider. Ich denke, das muss ich auch noch abbeißen. So. Jetzt muss ich das irgendwie treffen. Äh, ja. Wenn ich hier so aufs Auge machen, das ist doof. Also, aufs Auge, ihr wisst ja, was ich meine. Also, ungefähr. Machen. Ist, ist ein bisschen blöd. Ähm, ein Kästchen zur Seite, denke ich noch. Oder? Zwei doch. Zwei Kästchen noch zur Seite. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich das gerade hingebaut habe. Ich muss das immer abchecken. So. Möchte ich das zur Linie machen? So. Möchte ich das zur Linie machen? Wie kommt das dann hin? Ein Kästchen zurück. Das heißt, ein Kästchen vor der Linie muss ich stoppen. Die, ja, die Straße bauen halt. Ihr wisst, was ich meine. So. Oh, nein. Das kommt gar nicht so richtig hin. Aber das mit dem unteren. Okay, das kommt unten hin, aber da oben nicht. Okay. Na, nicht okay. Aber, ja. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und dann hier unten auch. Nein. Straße connected. Yay. Play. Super. Jetzt sollten auch die Staus hier weg sein. Oder hoffe ich doch, dass die Staus gleich verschwinden. Zap, zap. Okay. Okay, 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 okay. Mio, mio, mio. Dann dreht sich jetzt alles. Mio, 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 mio. Vielleicht mache ich noch die Ausfahrt, dass man auch hier runter zu dem Kreisverkehr hinkommen kann, damit man nicht immer zu dem hinten muss. Manchmal denke ich auch hier so eine Ausfahrt. Zack. So was. Ja. Wieso auch nicht? Und damit man hier auch hochfahren kann. Von hier nach da oben. Da so. Nein. Gefälle ist zu steil. Sag nicht, Gefälle ist zu steil. Nein. Ort ist bereits belegt und Gefälle ist zu steil. Das war klar. Ort ist bereits belegt. Wieso das denn? Dann baue ich mal von oben. Ort ist bereits belegt, sagt es. Es sagt es. Gefälle ist zu steil. Okay, das kann ich noch verstehen, dass das Gefälle zu steil ist. Ja. Dann mache ich das, denke ich, von dort aus. Also hier kommt man auf jeden Fall hoch. Das heißt, man muss hier so hoch. Zack. Nein, Ort ist bereits belegt, sagt es. Mach ich das mal hier so nach unten. Nein, 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 nein. Du baust mich jetzt schön nach unten. Nein. Äh, ja, und dann hier so eine Rundung. Nach da. Nein. Wollen wir nach unten? So, und jetzt. Ort ist bereits belegt. Komisch. Sehr, sehr komisch. Ja. Toll. Wir kommen jetzt hier aus nach oben. Gar nicht. Oder wie? Hallo? Toll. Von dort aus. Das war doch gerade, oder? Nein, war es nicht. So. Na komm. Nein, da will ich gar nicht. Oh Mann. Komm, Straße. Enttäusche mich nicht. Ach, komm, Straße. Sei nicht so böse. Oh, es ging doch gerade. Ja, es geht doch. Jetzt muss ich das nur umdrehen. Zack, 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 zack. Okay, dann geht das auch. Super. Und ich denke, es ist ein bisschen flüssiger geworden. Also die Staus sind weniger geworden. Hier ist aber ein riesiger Staus von oben. Das heißt, hier kommt auch noch so ein geiler Kreisverkehr hin. Dieser coole Kreisverkehr hier, der schnell, äh, klein und schnell ist. Also er gefällt mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, ja. Dann, oh ne, ich muss jetzt mal noch die, oh doch, die Shops habe ich eigentlich ausgewiesen, aber die wollen gar nicht hier einziehen. Komisch, sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ja, ja. Ich weise hier trotzdem ein paar Shops aus. Äh, hier sollte eigentlich kein Shop hin. Nein, da sollte kein Shop hin. Hier sollte ein Park hin ja auch. Oder sowas in der Art. So, kommt hier überhaupt noch ein Kreisverkehr hin? Passt der hier überhaupt hin? Ja, aber diese Stelzen, die stören. Das heißt, ich muss gleich die Stelzen hier entfernen. Und zwar mit dem Mod. Also einfach so, sozusagen, stolze Verschwinde geht nicht. Ich muss gleich neu bauen. Aber, naja, gleich kommt. Ne, ich muss das jetzt machen, weil der Verkehr sieht schlimm aus. Also hier sieht es auf jeden Fall super aus. Dank dem Kreisverkehr hier, dank dem neuen Kreisverkehr. Äh, die Autobahn, die wird gar nicht genutzt. Das ist natürlich super. Aber hier muss noch der Kreisverkehr hin. Also der Kreisverkehr, ich denke, der hat es wirklich gebracht. Dafür sind jetzt hier die ganzen Staus. Oh, nee. Der Kreisverkehr hat es doch nicht gebracht. Oh, 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 ich liebe es. Ja, ja. Die ganzen Staus sind noch schlimmer geworden. Aber ich denke, weil es hier nicht so hinkommt. So, das heißt, hier muss so ein gleicher Kreisverkehr hin. So ein gleicher kleiner Kreisverkehr. Zap, 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 zap. Kreisverkehr, weil ich da bin hingeklatscht habe. Ja, ja. Und das Übergang zum Spiel leckt hier gar nicht mehr. Das hat ja letztens geleckt, jetzt nicht mehr. Das ist super. So, aber weniger dazu, mehr bauen. Wenn ich das hier so baue. Da ist die Linie. Ich baue mal hier so, ja, zwei Klättchen oder so zur Seite. Und jetzt teste ich das mal aus. Nein, nicht so einen großen. So. Das kommt doch ganz gut hin. Nein, nicht ganz hin. Na. Ein Klättchen zu viel. Ein Klättchen zu viel. Das ist eigentlich schon zu viel. Nein, freut euch nicht so früh. Hier vor freut euch schön. So, da ist die Linie. So, eins weiter als die Linie baue ich mal. Eins weiter als die Linie. Da muss zwei weiter als die Linie. Also hier sind so Hilfslinien. Das ist gut. Hier gibt es zumindest etwas. Irgendwelche Hilfslinien. So. Zwei weiter als die Linie. So, das kommt noch super hin. Ich denke gerade war es genauso. So, hey, weiß ich nicht. Yep, verbunden. Das da oben auch. Yep, verbunden. Da unten auch. Ich denke, ich mache das mal hier so weg. Das hier. So, und verbinden das mal von dort unten nach oben. Nein, das will gar nicht. Ach, Mann. Mit so einer Straße. Scheiße, der Kreisverkehr ist hier richtig für den Arsch, ey. Weg, 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 weg. Das muss auch weg. So, Kreisverkehr. Du ganz kleiner. Hallo, nein. Ah, da ist der. Okay. Nein, krieg dich an. Nein, das will gar nicht, weil... Ach, ich habe hier einmal Straßen hingeklatscht. Oh, das ist ja doof. Äh, yep. Ah, jetzt habe ich auch genug Platz. Ja, ja. Ich werde mal das hier. Oh, hier sind Parks. Oh, da ist ja das Problem. Also, weg mit euch Parks. Ich fände auch, denke ich, diese Connection. Oder nee, ich lasse mal die Connection dort kurz. Ich brauche mich hier zur Seite. Ja, komm, so. Und dann probiere ich das mal mit dem Kreisverkehr. Nein, da muss ich nur einmal zur Seite. Hallo, nein. Ich wollte es bereits belegen. Was heißt das denn, bitte? Hallo? Oh, die Bäume stören auch manchmal. Hier ein bisschen. Ach, das ist eine Einbahnstraße, die ich gerade baue. Wollen wir so? Ich habe gerade nicht nachgezählt, wie viel ich zur Seite... Okay, das passt doch super. Das passt doch super. Ich denke, der ganz kleine Kreisverkehr, das ist doch schon ein kleines Problemchen, was ich hier eigentlich gemacht habe. So, okay. Okay, 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 okay. Ich mache jetzt Play. Ja, ich denke, das Problem war, dass ich hier nur Einbahnstraßen gebaut habe. Das war eine Einbahnstraße. Alles war nur Einbahnstraßen, deswegen konnten die Leute gar nicht hier runterkommen. Und dann nur hier links rüber. Also sollte jetzt ein bisschen den Verkehr entleeren. Oder sowas in der Art. Oh, die A, die halten dort alle an. Und nehmen trotzdem niemanden mit. Bus? Oh, nee, doch nicht voll. Hö, alles verschwindet. Was ist das denn? Kommt, baut euch hin. Gebäude. Ah, nee, hier soll ja nichts dran gebaut werden. Nee, nee. Am Kreisverkehr sollte nichts gebaut werden. Aber hier. Okay, der auch noch. Der auch noch. Und das war's. Dann müssen neue Paxen. Pax, Pax. So. So, jetzt muss ich noch die Autobahn connecten. Jetzt muss ich noch die Autobahn connecten. Äh, bäh. Es geht nach unten. Okay, es geht nach unten. Von hier. Das heißt, Autobahn. Äh, jep. Nach unten. Nein, das muss von dort aus. So. So, nach unten. Nein, 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 nein. Ja, die Straße drunter stört. Irgendwie ein bisschen. Wenn ich das so baue, und dann nach da. So muss es sein, oder? Ja, das muss so sein. So. Okay, das passt doch super. Komm, Kankenwagen. Jo, du kommst, du schaffst es. Miau. Und dann ist es schon im Kreisverkehr. Okay, hier muss es auch so eine Straße runtergehen. Und zwar hier muss es hochgehen. Das heißt, ich brauche mal von hier nach oben. Ne, das will gar nicht. Also mit diesen kleinen Kreisverkehren ist das Problem da irgendwie so eine Autobahn ranzukriegen. Das ist das einzige Problem. Aber die sind sehr funktionell. Diese kleinen Kreisverkehre. Also diese neuen da. Klein und schnell Kreisverkehre. Die sind sehr funktionell. Naja, außer hier ein bisschen. Hier ist aber wirklich viel, sehr viel Verkehr hier. Sehr, sehr, sehr viel Verkehr. Muss ich wirklich sagen. Aber sie bringen es wirklich. Die bringen es wirklich, diese kleinen Kreisverkehre. Hier ist der Stau weg. Hier ist ein riesiger Stau. Hier soll ich auch so einen Kreisverkehr hinklatschen. Oder hier. Hier müssen diesen zwei Stellen. Und hier. Oh, hier ist ganz schlimm. Hier ist auch ganz schlimm. Oder? Oder? Wow. Die stellen hier voll viel an. Hier muss ein Kreisverkehr hin. Hier muss auf jeden Fall ein Kreisverkehr hin. Da wird es ein bisschen lösen, das Problem.